Ja, hallo zusammen! Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier auf dem Caravan Salon 2013 in Düsseldorf. Wir sind hier bei Sun Living. Das ist die Tochter aus dem großen Hause Adria und es gibt hier so viel Neues zu sehen, unter anderem auch das Modell Lido S 35 SP. So, jetzt sitzen wir hier in unserem S 35 SP. Ihr seht schon, es ist ganz, ganz gemütlich in der Sitzgruppe. Wir können den Tisch ausziehen, vergrößern, sodass wir hier ganz bequem mit zwei, drei, vier, fünf Leuten sitzen. Wir haben den Kleiderschrank direkt im Eingangsbereich. Wir haben hier natürlich auch eine wunderschöne Küche mit sehr viel Platz im großen Kühlschrank. Dazu kommt noch eine geräumige Dusche, die ich mit einer Tür ganz vernünftig und bequem abtrennen kann, sodass der Hygiene überhaupt nichts im Wege steht. In unserem 35 SP befindet sich ein sehr komfortables Doppelbett mit einem ganz bequemen Einstieg. Unter dem Doppelbett befindet sich dann die großzügige Garage. Bei uns bei Sun Living wird natürlich auch der Sicherheitsaspekt sehr groß geschrieben. Beispielsweise hier unsere Eingangstür. Sie verfügt über mehrere solide Scharniere über einen hochwertigen Riegelmechanismus. Das Ganze kann man nicht nur sehen und fühlen, man kann es auch hören. Einfach sicher. Und jetzt überlegt euch mal, alles das, was wir gerade gesehen haben. Auf 5,99 Meter Gesamtlänge. Einfach gigantisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Kanye West.